Seit mittlerweile 75 Jahren besteht der SV Grün-Weiß Ferdinandshof 47. Neben ihren fünf Fußballmannschaften im Ligabetrieb trainieren sie auch noch in anderen Sportarten und kümmern sich damit vor allem um die Kleinen und die ganz Kleinen. Jeden Tag bieten die Trainerinnen und Trainer eine Vielfalt an Angeboten an. Von Fußball über Volleyball bis hin zu Linedance, Tischtennis und Kindersport ist für alle etwas dabei. Durch ihr vielfältiges Angebot und die hervorragende Jugendarbeit ehrt der Kreis Sportbund Vorpommern-Kreiswald den Sportverein SV Grün-Weiß Ferdinandshof 47 e.V. als beste Sportjugend 2021. Untertitelung des ZDF für funk, 2017